Das ist mein 2012er Chevrolet Spark, den ich ein wenig mit Stickern und Felgen und einem Auspuff und ein paar Federn modifiziert habe. Wie man sehen kann bin ich ein bisschen nerdy und stehe auf Zombies, Star Trek, Marvel 8, alles was mit Science Fiction, Fantasy und sowas zu tun hat.